Hallo, hier ist Isabelle und ich möchte gerne Feedback geben zu Philips Kurs, der Agentur zur Freiheit. Ich war seit Anbeginn sehr überzeugt davon und die folgenden drei Prinzipien, die haben mir eigentlich sehr gut gefallen und mich auch dazu bewegt, mich umgehend für den Kurs zu registrieren, obwohl ich normalerweise nicht gleich mit der Tür ins Haus falle und mir Entscheidungen in der Regel ein bisschen länger überdenke. Ja, was hat mich dazu bewegt? Erstens die Praxisnähe, die Anleitungen, die Philipp gibt, das ganze Kursmaterial, die Informationen, die sind extrem praxisbezogen und man sieht auch in der Arbeit, die Philipp tagtäglich tut, wie er das wirklich umsetzt und das ist natürlich eine riesen Stütze und Hilfe, für den einen das auch in der Art umzusetzen. Das zweite ist das Team, die Community, die sich da eigentlich selbst aufbaut und immer grösser wird. Das sind Team-Member, das sind also Leute aus dem Kurs, wo wir uns zusammentun, einmal in der Woche mittwochs diesen Gruppencall haben und auch sonst via Chat extrem nahen Zugang haben, auch umgehend Fragen stellen können, wann immer es brennt, wenn irgendwas nicht funktioniert und in der Regel geht es nur gerade Minuten und wirklich Minuten, bis jemand Antwort gibt und das, weil die Leute alle ein bisschen am anderen Punkt sind. Es gibt diejenigen, die schon fortgeschritten sind, die schon viel Erfahrung haben und es gibt diejenigen, die noch relativ am Anfang stehen und so gibt es eine gute Mischung und so gibt es auch für jeden quasi eine Lösung. Das dritte ist sicherlich der Reitfaden, das Konzept, wie es aufgebaut ist mit den ganzen Unterlagen wirklich sehr strukturiert, sehr, sehr viele Informationen, genaue Anleitungen und für diese 33-Tage-Challenge sind so extrem viele Anweisungen und Informationen drin, wie man vorgehen soll, was an einem Tag zu erledigen ist und wenn man das wirklich eins zu eins so erfolgt und umsetzt, dann kommen eben die Erfolge und dann kommen wirklich die ersten Resultate. Das haben jetzt x-fach die Leute bewiesen, die 10k, die 25k-Members und ich merke es jetzt auch mit meiner Umsetzung, also es funktioniert tatsächlich. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, Philipp, das ist wirklich ein Top-Kurs und ich kann es nur jedem da draussen empfehlen, wenn sich jemand selbstständig machen will und wirklich selbst was auf die Beine zu stellen und ins Tun kommt, dann ist das genau das Richtige. Weiter so.